das lustige ist ja jetzt dass wir den see jetzt auch grad sehen auf der straße sind ein paar autos die sehe ich von dir ja darunter ein krankenwagen die krankenwagen sich auch ja wo bist du jetzt einfach direkt ich bin neben der straße ich tun in der botanik um ich hab ihn gerade noch gesehen also ich bin nicht weit kommen wir zur straße und du bist jetzt tot heute bin ich bin noch nicht dort ob die abgeknallt und meine munition verballert was hast du getroffen was die zombies sagen können was du da tust von euch beiden hat eine rote maske na ja ich ja dann sehe ich euch ich bin der mit der schwarzen maske wo bist du bist du ein ganzes stück vor ich einfach auf der straße entlang scheiße ich muss bandagen immer irgendwas ich muss dich verbinden nicht essen okay ich glaube da wird es gerade untergegangen es wird ja komplett wenn ich jetzt schon eine muni verballert die autos die autos auch bist du an der straße aus dem großen felsen nicht zu übersehen das ist ja dann nicht lieber mal bekommen dann kommt doch mal zu uns ich wollte nicht mit einem hammer eigentlich platt machen und da war dann die knarre gleich los wenn du zu dem krankenwagen hinläufst die straße entlang in der kurve dort laufen grad okay ich würde aber nicht auf dem felsen bleiben das ist zu offen ach jetzt habe ich noch gesehen hier so es wird geschossen wenn du vom felsen läufst wird nicht geschossen wie hast du schüsse gehört oder hast du Energie abgezogen ja ich hab auch gehört ich krieg durch das gras ist besser wenn uns morgen dann kann man sie alle treffen okay dann suchen wir uns jetzt erst mal hier alpha wo bist du denn alpha habe ich schon an dir vorbeigelaufen nein oder wo seid ihr ich sehe euch wir sind ja überall felsen ihr kommt genau auf mich zu irgendwo in der stadt rumgeballert du liegst wieder irgendwo im gras hä dann suchen wir ihn wieder ich bin voll getan ihr kommt genau auf mich zu gelaufen gut getan das ist aber krass ungesucht also wenn ich daran so die rote maske das sieht man von so weit weg gerade weil diese rot und weiß ist das sieht man von übelst weit weg ist für nichts anderes wo seid ihr nicht direkt ins morgel sind wir sind jetzt gerade hier vorne wiesel laufen wir nach links in zu dem baum zu ja drehe ich ganz nach links noch mal weiter nach links so genau und jetzt läuft zu dem baum zu ok so ok wo ist jetzt der blöde alpha wieder hin und der alpha blöder du sag ich bin gleich da mit dem du bist hier nö ich bin jetzt bloß an dem baum stehen geblieben weil ich ein der hat doch gesagt ja auf ihn zu ist aber auch noch ein bisschen weiter ich könnte euch anspucken ich verarschen ja servus und nachtsichtgerät auf das ist toll du siehst da aus mit dem messer genial war denn das hier gelegen nein nein so jetzt gehen wir mal zurück zu smorgeln und sammeln so einfach ja do you kommen du möchtest du jetzt die ganze zeit oder den baum verharren nein aber so aus wo wolltest du das kaff nee aber von da hat es für uns geballert ich sehe sowieso schon kommen wir leben eh nicht lang in großen gruppen verrecken wir ständig aber ich will es jetzt nicht beschreien da ist so gemein zu uns mit deinem scharfschützengewehr alles schwarz ausser der rucksack wo wollen wir hin das weiß ich auch noch nicht wo bist du jetzt urden direkt in supermarkt hat du bist in smallville ja da ist ein bewaffneter schiller neben knast bin ich alter und da leg dich hin der schießt immer noch hast du das war ich das ist übelst hier mit dem sniper ich krieg weg alter ich krieg weg er hat sich hingeschmissen ich sehe ich noch mal ja wir sind ja neben dir rechts neben dir hast du den getroffen oder wissen nee hast du weggelaufen ich muss ja übelst hochziehen mit dem ding ey ich bin grad selber erschrocken scheiße ist die laut ja genau ich bin auch ja es ist aber weit dahinten bei dem see noch aber trotzdem finde ich das lustig boah wenn du nachlädst alter boah das ding ist ja laut das ist beim nachladen also wenn ich mir vorstelle naja gut das ist aber gar nicht so leicht jetzt das mal in dem spiel ne du musst echt das war gar nicht so weit weg ich denke ich fand es jetzt trotzdem cool alpha sagt bewaffneter spieler crazy bleibt stehen hä ich hab mich gleich ich hab mich gleich ins gras geschmissen ich hab mich hingelegt oder oder hab ich nicht schlecht oder keine ahnung ich hab gesagt alle hinlegen und du stehst doof oder war das so dass ich keine reaktion hatte kann auch sein gehts alles zu schnell so ich hab nur den knall von dem scharfschützen gewerbe und den hast du eigentlich den schuss gehört nein ding das war ja so laut weil mir hat ja jetzt alpha die knarre direkt ins ohr gehalten schon ungefähr ah scheiße dann nachladebug den gibts immer noch ich hab grad vier kugeln weggeschmissen äh wie viel magazin hast du denn jetzt hab ich noch zwei vorher hatte ich drei einmal zweimal hab ich geschossen also sozusagen erst nachladen wenn das magazin auch leer ist genau also wie bei deset bei deset hab ich das noch nicht gehört außer dass mir der ruckstreck wegpackt ja bei deset ist es scheiße dann wenn du dein magazin wechselt hast du noch einen schuss drin jetzt noch nicht was das hätte ich grad sehen sollen ohne scheiß bist du ganz konzentriert häng ich vorm monitor ziel auf den düben drück auf die maustaste und fahr voll zusammen einfach vom eigenen schuss erschrocken das ding hat aber auch geknallt ich kann mirs aber vorstellen wie es aussieht wie es aussieht wie es aussieht ich glaube ich schalte einfach weil das ding nicht so laut oh das ding so schon laut ist übelst laut oh scheiße hier ist einer ja und wir müssen jetzt mal zu smallville und bewachen wir mal kurz Odin weil er muss ja irgendwo sein und Dings hat ja schön scharfschutzung ja äh sind wir in smallville gerade drinnen? nein wir stehen aber auf dem berg neben smallville ok gut zu wissen weil die jetzt hier auf dem felsen lang kurzen dann guck mal wieder dann kann ist doch scheißegal aber wir können Odin ein bisschen unterstützen ja vorsichtig bei mir ist hier grad ein spieler ja und zwar wo bist du smallville ja smallville ist groß gerade rüber gerade rüber vom vom sheriffrevier in der kirche bin ich Kirche? da hinten vorsichtig da ist einer da ist einer mit einem weißen hemd also weiß angezogen der unterwegs ist im spieler das problem ist wenn wir hier rüber gucken wir sehen praktisch nur die hälfte von der kirche wo seid ihr denn? ich bin hier hinten oben auf dem berg oben auf dem berg sind wir alles klar äh was heißt alles klar hier ist überall berg neben smallville ja auf dem großen berg ja guck mal alpha liegt sich hier hinten naja ich denk mir mal da wird ich jetzt mal ich denk mir alpha würden hier zugen da steht an einem zauern der hat einen zombie die da gehauen ich bin eke ok macht einer aufs sniper ach ja ich seh auch ich seh pass auf hinter dir ist der spieler schnell schieß alpha schieß da ist ich da ist ich ouch alpha schieß alter von hinten oder so geil die trägst du auf Fotze hier bitte oh ich hatte die an geschlagen und die die karte immer aufgemacht hast du ihn? nein der lebt noch bin tot ich geh stiften der ist links neben dir links neben dir ich hab mal keine waffe ich hab nur ein hammer du kannst ihn erschlagen da liegt er auf dem Boden und du bist genau hinter ihm wo bist du? wo ist der? mein Rucksack mein Rucksack und meine West du siehst ihn wer ist denn das hier? schlag ihn du läufst auf ihn da da liegt das ist er da da liegt hau nur um ah fuck ey ja 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 hast du ihn? ja kannst du mein Zeug bitte einsammeln? hä? ja warte hallo? was denn? nacht sich dir rät mein Rucksack also das nacht sich dir rät von Dings mein Rucksack und meine Weste du bist doch du liegst doch noch unten Onkel wieso hast du eigentlich da nix gemacht? weil ich den nicht gesehen ich hab ein Messer in der Hand Junge das ist weh das ist weh von meinen Charakteren dort so wir haben wir das aber das wohl jetzt ich bin erstmal abgehauen und dann hab ich den da gesehen der hat sich irgendwie umgeguckt nacht sich geredet ne ok ähm jetzt warte ich mal ganz kurz ist ist gewahr hat macht es euch keinen Spaß mehr macht es euch keinen Spaß mehr wenn ich der böse wenn ich der böse mit der Waffe und Odin liegt da jetzt hier unten vor der Tür ja ich bin tot ja ich bin tot wenn du da immer einer bitte mein Zeug einsammeln äh da ist ein Typ gewesen der hat aber das tut mir aber leid ich lag in der Wiese und wo ihr dann gesagt habt der ist hinter ihm hab ich verschreckt den Knopf zum Aufstehen nicht gefunden ich hab die bei DayZ auf C gedrückt äh auf X oh da ist einer Entschuldigung den jetzt weg der den Odin gekillt hat onkel warst du das? ja hast du meine Sniper mitgenommen im Jahr nichts? gut alter das Ding ist ja laut meine Krug meine Krugge hat er hochgelassen ich hab hier die AA-12 ich geh auf Ha! happen Wetterstation ich hab den wo bist du ich sehe dich ja nicht mehr ich habe noch gekillt er wird jetzt gefressen möchte ich bist ja wo du bist ich hab mir ist gut dass du mich nicht schießt wenn du ihn doch sowieso hast er hat ich heute ja alle verbraten juhu ich hab mal jemand abgeschossen die zombies fressen den ok ja da jetzt hin machen und ja sagen wir mal bitte mein zeug ein meine weste und nein nein meine waffen die wenige damit bei hatte willst du nicht mit uns spielen ich bin hier im gras ich würde gern weiterlaufen ich bin jetzt in der straße nicht verarschen ich bin im gras ich bin unten an der straße warten jetzt mir hat jetzt spaß gemacht hat durch crazy den typen noch gilt hätten wir noch weiterleben können und jetzt den typen abgehauen weil die dachte der liegt da dachte ich auch erst mal ein stück weiter dass der erst mal abgelenkt ist dann haben wir den halt mit dem hammer umgehauen ich glaube einmal habe ich zugehauen oder so zwei dreimal habe ich ihn ja noch erwischt bevor ich gestorben bin das war ja nicht der bei uns irgendwo war ja auch noch einer ich wechsle aber lieber zum hammer jetzt will da nicht mit einer knarre rum